Ja liebe Freunde, Willkommen zu Makatze kommentiert den Arbeitstag. Heute ganz schwer am Arbeiten. Ja, die Sonne scheint, auch wenn ihr grad nicht sehen könnt. Wir lassen uns hier schön die Sonne auf dem Pansen scheinen. Der Nick ist fein am Grillen. Was hast du denn da? Würstchen, ne? Würstchen, lecker Wurst. Was sind denn das für Würstchen? Ja, das sind meine Würstchen. Deine Würstchen? Ja, meine Würstchen. Da sind wir aber groß in der Hand. Wenn wir bei Maxi grillen, fängt die Stimmung an. Das sind, glaube ich, Brutzler. Brutzler von Wiesenhof. Man, ist das ne Wurst. Ja, wir haben gerade unser 1000 Abonnenten-Special gedreht. Das ist so hart. Ich sag, das strapaziert die Nerven. Unglaublich, körperlich harte Arbeit. Ja, da kann ich dir leider nur zustimmen. Das ist so schön, wie du da in deinem Superpool... Kannst du mal ein paar Bahnen ziehen, bitte? Ja, zieh mal ein... Wie so ein dickes Robbenbaby, was gestrandet ist. Oh, das ist so schön. Oh yeah, geil. Das ist Baywatch. So, der Name ist David Hasselhoff. Ja, liebe Freunde, es gibt auf jeden Fall was zu gewinnen. Und ihr werdet das T-Shirt im vollmundigen rauchigen Grillgeruch erhalten. Oh, lecker. Yummy, yummy. Sehr geil, sehr geil. Ja, es gibt auf jeden Fall schöne Sachen zu gewinnen. Die Playsy 4 natürlich nicht. Ich dachte, du sagst jetzt, ach, Buddy's Playsy 4 könnte auch haben. Ja, klar, ist doch kein Ding. Ja, meine Freunde, so sieht unser Samstag aus. Ich sag immer dazu, Hände weg von den Drogen und mehr Würstchen. Würstchen für die Welt. Würstchen sind sehr wichtig. Würstchen haben schon früher die Römer mit Hitler gegessen. Ja. Im Bowlingclub. Im Bowlingclub, wo sie auch Dart gespielt haben. Auch mit Daniel Kübelböck. Das war, ach, das ist schon lange her. Das ist bestimmt 100 Jahre ist das her, dass sie das gemacht haben. In Bottrop, Kirchhellen. Haben die das gemacht. Samstagabend getroffen und dann immer auch über Frauen geredet, also Kleopata oder halt Gina Wild. Gina Wild? Die waren alle auch dann in einem Freundeskreis. Ist das nicht die Michaela Schafra? Die Michaela, ja, richtig. Aber, pscht, pscht, ist halt ein bürgerlicher Name. Ist ja Künstler, muss ja immer. Darf man nicht sagen, genau. Ich sag ja auch nicht einfach, dass du Ben Peters heißt. Was? Verkauft sich besser, ne? Verkauft sich besser. Deswegen halt immer lecker Würstchen, weil die haben das früher, also nicht wegen Hitler, aber wie, also, ne? Tschüss. Tschö.